Shalom Aleichem. Es gibt ein Weltsprichwort. Vier Augen sehen besser als zwei. Zwei Augen sehen nur eine Seite. Vier Augen sehen schon zwei Seiten. Wir wissen, dass eine von den guten Sachen am Leben ist, noch eine Second Opinion zu nehmen, noch eine zweite Meinung zu hören und nicht Entscheidungen alleine treffen. Und natürlich, vor dem Tat geht der Rat, so wie wir sagen bei Lechad Odi, Sof Maase, Bemachshavad Chila, Ende von einer Handlung, kommt mit einem Gedanken, mit Nachdenken, mit einem Rat zu holen. König Shlomo sagt uns, Utschua berov yoetz. Die Erlösung, die Hilfe, die Yeshua, die Erlösung von dieser Welt, kommt, wenn ein Mensch beratet mit jemandem. Also vier Augen ist besser als zwei. Augen von Freund, von Partner, von Rebbe. Ein Mensch sieht nur seine schmale, eigene, subjektive Perspektive von seinem Charakter. Aber noch ein Mensch, der bereit, ihm die Meinung zu sagen, kann der andere Mensch verfeinen seine Sturheit. Und wir wissen, wie hat sich Bruria geheiratet mit Rabmeir, als sie hat gesehen, Rabmeir lernt alleine und leise. Sie hat ihm gesagt, muss man laut lernen und mit jemandem. Und auch Achiteufel, als er hat gesehen, König David, der lernt alleine, er hat ihm gesagt, das ist nicht gut, muss man zu zweit lernen, weil zu zweit vier Augen haben, vier Augen haben, vier Augen sind besser als zwei. Es ist immer gut zu bekommen, noch eine Meinung. Schkoyach.